Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ehreni und es freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Schutz. Und zwar nicht um irgendwelchen Schutz von Pixi-Pixi und irgendwelchen Krankheiten. Nein, es geht um den energetischen Schutz. Und ja, da kursieren ja unendlich viele Theorien, Gerüchte, auf wie viele Arten du energetisch angegriffen werden kannst. Naja, was ist denn da jetzt dran? Und gibt es so etwas, was eigentlich wirklich ist? Ist es notwendig, dein Energiefeld zu schützen? Da werden jetzt die meisten sagen, ja natürlich ist Schutz wichtig. Ich spüre auch, wenn ich mich schütze und wenn ich Energiearbeit mache und Übungen mache und mich reinige, dass das hilft. Ja, natürlich hilft das. Natürlich hilft dir das. Ich sage auch gleich, warum dir das hilft. Aber der Punkt ist, brauchst du grundsätzlich Schutz? Meine Meinung ist, nein. Warum braucht man keinen Schutz? Weil es eigentlich eine Fehlleitung ist. Ein Schutz ist ein Bild, wo man sagt, ich reinige mein Energiefeld, weil sich da was angehaftet hat. Also ähnlich wie du einen Mantel in eine Waschmaschine tust, wenn der schmutzig war oder in die Wäscherei gibst. Also das ist ja so das Bild. Aber letzten Endes sollte ein gesundes Energiefeld in der Lage sein, sich selbst zu reinigen. Genauso wie ein gesunder Körper mit einem Immunsystem sich wieder selber regeneriert und selber entgiften kann. Genauso sollte sich eigentlich dein Energiefeld auch regenerieren können und deshalb wieder ausreinigen können und so quasi einen Schutz überflüssig machen. Warum spürt man jetzt Schutzübungen auf der energetischen Ebene? Also wenn man sich durchreinigt, egal wie du das machst, Sieb, Lichtmantel, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Das spürst du deshalb, weil du dadurch energetisch arbeitest. Und wenn du energetisch arbeitest, passiert was? Du kommst zu dir. Und in deiner Mitte ist automatisch der Abstand von allem Äußeren und allen Beeinflussungen und Manipulationen. Und deshalb fühlst du dich da auch leichter und erleichtert, weil du in deine Mitte kommst. Aber da könntest du genauso gut die Meditation zu einer Blume machen, weil letzten Endes geht es darum, dass du mit dir arbeitest, mit deiner Mitte, mit deinem Innersten, mit deinem Zentrum in Kontakt kommst und dann wird dein Energiefeld wieder aufgeladen. Aber normalerweise im Alltag läuft das ja von selber. Also man hat ja nicht immer Zeit, sich permanent da zu reinigen und zu schützen. Das ist genauso, wenn ich sage, ich denke jetzt an den Herzschlag. Da würden wir wahrscheinlich die nächste Stunde schon tot umfallen, irgendwann einmal, wenn wir nur durch unsere Gedanken den Herzschlag schlagen lassen würden, das Herz schlagen lassen würden. Und deshalb bin ich der Meinung, ein gesundes Energiefeld, ein gesundes Chakra spuckt einfach Themen wieder aus und regeneriert sich. Wenn du schon besonders verzweifelt bist, besonders aus deiner Mitte bist, natürlich setzen sich dann Dinge leichter fest. Natürlich ist es dann schwieriger, da in diese Regeneration zu kommen. Und da kann es dann schon auch mal Sinn machen, sich durchreinigen zu lassen oder eben vermehrt auch so Meditationen selbst zu machen. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja auch mich oder auch sicher andere Möglichkeiten, wie man sich da wieder in die Mitte bringen lassen kann. Naja, was hat es jetzt mit Manipulation auf sich? Da möchte ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Wenn du etwas immer wieder hörst, immer wieder wiederholt bekommst, immer wieder siehst, prägen sich diese Sachen natürlich ein und fest. Also wenn du immer dieselbe Meldung hörst, wie keine Ahnung, nennen wir es mal Krankheit, 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 Krankheit. Jegliche Ähnlichkeit mit gerade stattfindenden Pandemien ist zufällig und nicht beabsichtigt. Also man hört immer Krankheit, 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 dann setzt sich diese Information natürlich leichter fest. Aber es zählt wieder, wenn du in deine Mitte kommst, fällt das wieder ab. Da kommst du in deine Mitte, dann reinigt sich das auch leichter aus. Wenn du allerdings permanent dich bewählen lässt, von dem natürlich setzt sich das mehr fest und dann kann es zu Erschöpfungen, zu Ängsten kommen, zu Depressionen sogar kommen. Und das ist ja das, was ich jetzt in der Praxis erlebe. Ich erlebe Leute, die dann sagen, ja, so lange ist es gut gegangen, aber jetzt geht es nicht mehr. Ich habe jetzt keine Kraft mehr. Jetzt hat mir irgendwas anderes noch die Schuhe ausgezogen dazu. Und das ist eben diese Dauerwirkung von diesem permanent Leute unter Druck setzen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, weil es um das nicht geht. Letzten Endes geht es nur um die Wirkung und das ist im höchsten Grade ungesund, was da abgelaufen ist und was immer noch abläuft. Und deshalb, du brauchst keinen Schutz, du brauchst nur Bewusstsein. Komm zu dir. Und gerade in diesem Monat, morgen kommt ein Astro-Video von mir auf den Kanal auch aus. Gerade in der nächsten Zeit wird es ganz, ganz wichtig und noch viel wichtiger, bei dir selber zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich dir mal alles Gute, eine gute Zeit. Du kannst natürlich jede Meditation hier am Kanal machen. Ist auch schon eine energetische Arbeit und du kommst näher in dein Zentrum und dadurch wird es leichter und auch deine Energie fällt wieder unter Anführungszeichen reiner und stabiler. Ich wünsche dir alles Gute. Lass mir bitte einen Daumen hoch da oder teile das Video. Abonniere meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen und bringt mich wirklich weiter. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Alles Gute aus Linz. Dein Oliver Erany, medialer Energetiker und Astrologe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020